hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge london 2012 heute mit mir dabei wir haben uns dazu gesellt wird im leben big mac und dem josh und der anderen 23 verdächtigen power manos und wie sie ja ich war gerade abgelenkt das ist ein falschen moment die falsche leute kommen ich musste teams blieb mal leiser machen aber ist jetzt auch egal jetzt muss man was 100 meter der früge kann das ganz gut ich komme das schlimme ist die haben stehen geblieben ist ja die haben geübt das geht mir so auf den sack wir haben wirklich nicht der hat ich habe ordnen medaille wenigsteste medaille wer ist denn da so weggerannt am anfang weiß ich weiß nicht gibt es bei den der wäsche zu wissen gibt es bei dem starten trick ich habe ehrlich gesagt gedacht ich habe einen frühstart gemacht aber auf einmal ich deswegen habe ich deswegen habe ich aufgehört zu rennen und nicht so moment war kein fehlstart schnell wieder weit aber es werden ja leute wie ihr wissen wenn er immer weil ich der olympia gott mit den meisten siegen bisher werden mittlerweile disziplin genommen die ich nicht kann ach so der olympia gott kann ich alle disziplin das ist ja interessant wir müssen aber mal drücken leute ja auf jeden weil wir warten hier auf andere spieler die ganze es wird zeit leute es wird zeit um küpfe zu rasieren jetzt aber toll mach halt nicht auf dieser pfeil tasten nach unten ich raff es nicht echt oh mein gott baby ich glaube es ist nicht ein wassertropfen hochgespritzt ja trotzdem hast du 79 punkte wie viele punkte weiß keine ahnung was hast du 71 punkte gemacht ich weiß nicht was er soll von ihm ganz ehrlich ich glaube der manipuliert die schiedsrichter hier ja er ist ja auch der money mach doch auf alter ich raff es nicht auch da war wieder kein wasserspritzer zu sehen ein 10 meter ist ja ein bisschen meins ne oh jetzt kamen die großen springe hier muss groß was 79 ok jetzt aber dafür richtig vollgas alter ok ich bin raus 100 alter was 100 wer hat 100 weiß ich nicht ich muss glaube ich jetzt die leicht machen die schweren sind alle weg aber jetzt muss ich mal blöd fragen ist es denn sinnvoll oder so die schweren am ende zu machen also nicht ehrlich keine ahnung das ist eine gute frage was was machst denn du du gehst mir hier nicht von der platte ach nee da kommen wieder welche macht mich einmal den fall nach unten aber das stimmt ja irgendwas mit deinem controller nicht ich glaube es auch einmal jetzt habe ich richtig verschissen alle aber der war gar nicht so schlecht 93 holisch ist 8 ich habe das gemacht ich brauche gleich auf und oben neben dem arsch aufgekommen ich gebe volles risiko ich gebe volles risiko stor ooooh ach Mist. Kacke Sekunde zu spät gedrückt fast hier 105 alter beide ja spannend da gehts ja spannend da gehts ja Kommen Er saß sich, glaube ich, auf alle. Ich dachte, ja, jetzt ist mein... Persönliche Besten. So langsam kriegen wir raus. Jolt, das ist Jolt. Jolt, Junge. Mh, schmeckt das. Oh, Esther, das ist ja doof. Kanada, wird euch schön. Das Kleeblatt... Das ist ein Lack. Wie heißt das Blatt hier? Oh Gott. Power Disziplin. Konzentrieren. Wir haben schön abgezogen das letzte Mal. Das ist doch so unter die Nase. Okay, mein Ding ist kaputt. Ja, mein, mein... Heiße, heiße. Ja, mein Controller geht nicht. Ich kann nicht hochziehen mit der Waffe. Bist du? Der linke Stick. Dann ist ja wirklich eine Lingistik kaputt. Ja. Das kriegst du jetzt erst... Das ist ja hart. Hey, das ist zum ersten Mal, dass es gar nicht geht. Also diese... Bestimmt gestern beim Training passiert. Aber ich sag dir eins, das sind die, die so viel trainieren. Ja. Das ist das Training. Oh, was? Ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich, ja. Hätte ich noch ein Sekündchen gewartet. Oh, 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 oh. Jetzt wird's interessant. Oh ja. Ein Punkt nur Unterschied, Junge. Oh, 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 oh. Frag mich, wann die anderen geübt haben sollen. Ja, so eine Sportart doch nicht. Nein, 48, Alter. Das gibt's auch gar nicht. Was geht's mit dir? Ich bin hier schon am Jubeln, weißt du? Und dann kommt das Ergebnis von dir. Oh, der war nicht gut. Ja, es hat wenigstens 0,4 Punkte rangekommen. War es trotzdem nur 1,6 Punkte, Paui. Das ist so wenig. Das ist nicht viel. Das entschadet sich jetzt. Hast gewonnen. Oh, nein. Ich hab's wirklich versendet. Yes, baby. Ich hab den ersten verzogen. 0,7, ey. Ja, das war knapp. Nee, 0,9. Das ist aber mehr wie ärgerlich, ey. Ah, ist immer noch Vierter? Ja, aber das Problem ist, mir hat die Silbermedaille gefehlt. Ich hab jetzt eine Gold, Silber, Bronze. Was kommt denn jetzt? Und jeden eine hängt. Sperrwerfen, glaube ich. Sperrwerfen. Sperrwerfen. Oh, nee. Oh, nee. Das ist nicht euer Ernst. Ach, nein. Das holen mich alle Hunderter. Nee, das kann ich halt auch nicht. Warum auch immer. Wie viel hatte ich? 100,8 Meter. 184, glaube ich. Also, 100.84. Oh, Fliehkartoffelbrei. Oh, null. Ja, komm, für den ersten Wurf war gar nicht mal so schnell. Ja, für den ersten Wurf war super. Was? Ja, das geht so. Ja, mein Wurf war scheiße. Ihr seid alles cheap. Boah, ich bin dritter mit 98, 30. Alter, geil. Und ich bin dritter mit 4 und 9. Was sind denn das für Würfe, Alter? Ja, alles Hustensaftschmuggler hier, ey. Ja, ohne Scheiß. Anlaufer kackt. Übergetreten. Ja, Anlaufer. Ich bin auch übergetreten. Da kam schon die Wiederholung, dass ich dreimal hintereinander geworfen habe. Und dann tritt der noch mit dem Fuß zum Böschen über. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, scheiße. Au. Jetzt bin ich auf die Fresse geflogen beim Werfen. Oh, dritter über der Hund. Oh. Bin doch dritter. Bin doch in der Medaille. Das Level ist schon ganz schön hoch hier mittlerweile beim Speerwerfen, ey. Ja, das stimmt wohl. Och, Anlauf total verkackt. Scheiße. Selbst stehen. Nee. Das eine Grad. Das eine Grad hat gefehlt. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich mit 94 Meter viert habe, ey. Aber mit 5 Meter Rückstand. Nee, mit 4 Meter Rückstand. Oh, ich habe jetzt perfekt abgeworfen mit maximal Speed 35 Grad und der macht Pan 80 Meter. Ja, das ist komisch. Das ist aber wirklich übergetreten. Ja, das ist manchmal finde ich das auch irgendwie wie so einen blöden Zufallsskinder. Hingefallen. Das darf nicht wahr sein. Alles perfekt und dann so eine Scheiße. Ich bin Vierter mit 97 Metern. Aber das ist schade, Paui, ne? Und ich hatte gerade auch, Anlauf war perfekt und perfekter Winkel, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob da auch Wind gibt, oder man? Ich weiß es nicht. Nee, Wind gibt's, Wind gibt's gar nicht. Nein, nein. Du hast doch links die Flagge da die ganze Zeit umreden. Die dreht sich doch die ganze Zeit. Ernsthaft? Echt jetzt? Ach, der Lüster. Da gibt's doch keinen Wind. Ja, da ist doch kein Wind. Ja, das ist ja, wo wir ab jetzt. Ich erzähle euch das gleich oft. Alles klar, das war es für die Folge. War so halbgeil für mich. Ey, ich hab gewonnen, ja. Meinst du, geht wieder? Ja. War so halbgeil? Aber wenn mein Stick nicht funktioniert hat. Aber Glückwunsch an Beckmanus, dass er gewonnen hat. Es war unvergleichliche Leistung. Ja. Und wer bat Zweiter? Die Frage braucht er gar nicht stellen, ist doch klar, oder? Wer Zweiter ist. Aber Paui, ganz ehrlich. Einmal, das muss man schon mal loswerden. Ich hab mir vorhin so gedacht, wenn ich dich zweimal bei der Schnellfeuerpistole nacheinander abziehe, weil das war das letzte Mal schon so, dann kommst du nicht mehr. Ja, aber. Deswegen hab ich mir gedacht, lässt du die 0,9 Mal liegen. Alles klar. Das war's für heute. Ich hoffe, dann sind die anderen drei vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.